Heute grüße ich die jungen Menschen in unserem Land ganz besonders. Thüringen ist ein Chancenland in der Mitte Deutschlands und Europas. Ich will, dass es auch in Zukunft so bleibt. Deswegen stehe ich für gute Bildung. Leistung muss sich lohnen an unseren Schulen, in den Universitäten und Hochschulen, aber auch bei der beruflichen Bildung. Ich will, dass die Menschen in Thüringen gute Arbeit haben. Deswegen stehe ich für Vollbeschäftigung bei fairen Löhnen. Und ich will, dass vor allen Dingen junge Menschen Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Dazu gehört für mich auch eine engagierte Jugendarbeit, die ich jederzeit gerne unterstütze. Sie bestimmen mit. Gehen Sie zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme der CDU Thüringen am 14. September.